willkommen auf sound.de wir messen heute die leistung einer crunch gpx 1000.1 d und die leistungsangabe vom hersteller liegt bei 250 watt rms an 4 ohm und 500 watt rms an 2 ohm und jetzt schauen wir mal wie viel leistung wir da messen und das ganze machen wir hier mit dem amp dyno ad1 an ofc kupferkabel das ganze an vier stinger batterien und einem 100 ampere netzteil das heißt strom haben wir hier mehr als genug und wir gehen direkt in den mono betrieb an 4 ohm im certified run das heißt ab an 40 kilohertz nicht 40 kilohertz an 40 herz natürlich und gucken mal wie viel leistung rauskommt strich 200 watt rms kommt daraus an 14,7 volt also nicht ganz die herstellerangabe aber immer noch ein sehr sehr guter wert angesichts des preises weil die endstufe kostet so um die 100 oder knapp über 100 euro schaut auch gerne mal auf sound.de vorbei da findet ihr die endstufe natürlich auch wenn sie euch interessiert und jetzt messen wir das ganze direkt mal an 2 ohm und da sind 342 watt das ist doch ein ganz guter wert auch wenn die leistungsangabe 500 watt sind an 14,8 volt aber viel viel interessanter ist ja die leistung an dem dynamic power run das bedeutet wir messen die leistung die leistung die im musikbetrieb stattfinden würde auch wieder 40 hertz und da ist es doch deutlich mehr sind 220 223 an 14,6 volt das ist doch okay das ist doch wirklich mal ein guter wert und jetzt geht es direkt weiter mit 2 ohm 370 372 74 ja 374 watt auch noch mal deutlich mehr als im certified mode an 14,5 volt hier noch mal die tabelle im überblick und wenn ihr eure endstufe messen lassen wollt von uns meldet euch auf sound.de alles weitere dann gerne per e mail macht's gut viel spaß bei den weiteren messwerten bis bald 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 Untertitelung des ZDF, 2020